Privet, was geht? Kupi 2 am Start. Heute mit der wunderschönen Alexa. Heute mit dem Kuss-Tutorial. Das wollten natürlich alle sehen. Alle haben mich so gefragt, hey, Annik, hast du so genau wie die ganzen anderen Huren-YouTuber so ein geiles Kuss und rummach und Fick-Tutorial machen? Das wäre so geil. Und dann habe ich, dass der Alexa gesagt hat, die so, ach ja, sind die Nutten, wir setzen uns jetzt vor die Kamera und machen Kuss-Tutorial wie die ganzen anderen Huren, um Klicks zu bekommen. Da habe ich gesagt, ja, lass uns die Huren sein. Und dann hat sie auch gesagt, ja, und dann haben wir, ja, wow, wow. Fick das eins, haben wir eins, oder? Nein. Kein Bock, okay, ich habe auch keinen Bock. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will nicht, äh, das ist privat. Wir machen dafür einen schönsten Blick-Tutorial. So, so kriege ich dich immer rum. So kriegt man Frauen rum. Vergess den Sound dabei nicht. Das mit dem heutigen Video zum wunderschönen Kiss-Tutorial. Wir müssen noch ein schönes Thumbnail machen, wo alle Leute so sehen, dass wir uns fast küssen. Und dann denken alle Leute, hey, das hören wir auf den Schritt, um zu fassen. Ich kann aber nicht reden, dass es wirklich ein Kuss-Tutorial gibt, das ist ja auch Teil des Plans, auch, man will ja auch, ne, ist egal. Ich könnte jetzt wieder so viel reden. Also, abonniere Kugel 2, den weltbesten Kanal und ciao, bis zum fucking nächsten Mal.